Grüß euch miteinander. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns und bevor man den aber vorsteht oder er sich selber vorsteht, möchte ich euch noch bitten, wenn euch die Sendung gefällt, dass ihr es liked, weiter teilt und unbedingt, wir brauchen Abonnenten, jede Menge, also das wäre unser Anliegen. Und ja, dann geht schon weiter zu unserem heutigen Gast. Über seine positiven Erfahrungen im Vereinsleben, welche Rolle in Personalentwicklung für ein erfolgreiches Unternehmen spielt und auch über ein bisschen Politik unterhalten wir uns mit Peter Mörwald. Der Peter ist Business Coach, Präsident vom Salzburger Wirtschaftsverband und Hopmann der Blasmusikkapelle Werfen. Bei uns im Innergebirge heißt es ja immer die einfache Frage, wer bist du, wo kommst du her und was tust du? Ja, ich bin der Peter Mörwald, ich komme aus Werfen. Beruflich bin ich Unternehmer, habe ein Unternehmen, das heißt Erfolgszone, das beschäftigt sich mit Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Vielleicht, dass du von deiner Kindheit ein bisschen erzählst, dann auch irgendwann wirst du oder muss überhaupt gekommen bist. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich im Brennhof aufgewachsen bin, als Werfener kennt man im Brennhof. Das ist jetzt kein Bauernhof für jemanden, der es nicht kennt, sondern das ist also ein Vierkanthof mit einem Laubengang mitten in Werfen drin, wo es Gemeindeamt ist. Früher war auch die Feuerwehr dort und jetzt ist dort noch ein Antrag eben für Vereine, wo der Kommaaratschaftsbund, die Liedertorfe und eben die Musi ist. Und dazu gekommen bin ich, das ist ganz einfach, wie ich in der Volksschicht gegangen bin. Damals waren die Beerdigungen am Vormittag und da ist der Schlagzeiger, der Viertaler Bepp oder der Sendlofer Sepp, je nachdem, wer von den zwei da war, in die Schuljummi gekommen, er braucht einen Trommiebuben. Und ich habe den Direktor Fritzenweiner gehabt und der Direktor war die Ansprechperson für den natürlich. Und ich sage, ich behaupte halt immer, genau weiß ich es nicht, wen schickt der Direktor? Natürlich im Bravsten, ist eh klar. Und somit bin ich halt damals Begräbnis-Trommie-Zircher geworden und irgendwann bin ich dann hauptamtlicher Trommie-Zircher geworden. Und dann habe ich mal der Anton Eibl Senior, der damals kein Ballmeister war, nach einer Ausrückung hat er gesagt, ich sollte noch da bleiben und habe mich ein bisschen quasi auf Gehör und Rhythmus getestet. Und dann hat er mich gefragt, was ich lernen will. Und meine Eltern wollten aber eher, dass ich Klarinetten und und oder Zitterhackbrett sowas lerne. Aber für mich war klar, für mich hat es nur Trompeten gegeben. Und so habe ich dann Trompetenlernen angefangen. Es gibt so Vereine, die sind so in der Allgemeinheit ein bisschen ja nett. Und du hast mir aber erzählt, dass es irrsinnig viel oder einige ganz erfolgreiche Musiker gibt aus dem Bangau. Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, wer das ist vielleicht sogar und was dich so darnt. Weil das finde ich ganz spannend zu sehen eben auch, um Ahas auszulösen. Ja, also ich finde das genial, wenn man heute ein Hobby zum Beruf machen kann. Und viele Orchestermusiker, auch bekannte Orchestermusiker, haben die in einer ersten Ausbildung, in einer ersten Begegnung mit einem Musikinstrument bei der Bloßmusik gehabt. Und also wir sind zum Beispiel unglaublich stolz darauf, auf den Michael Krindlstedt, der Junior, der spielt Posaune beim Radiosinfonieorchester in Wien. Also der ist hauptberuflich Musiker. Oder wenn man nach Verwerfen schaut, der Schweighofer Michi, der spielt bei die Wiener Symphoniker. Der Weiß Domi aus Beham spielt bei Mozarteumorchester. Und der Lechner Thomas spielt bei der Wiener Philharmoniker. Also das sind so Aushängeschilder. Und die kommen trotzdem alle wieder. Also ich weiß nur von Migros, wie wir sagen, wenn der daheim ist und Zeit hat, dann sitzt der bei der Musikprobe. Der ist sich nicht schade, dass er sich einsetzt und mit uns. Ich denke mir, das ist wie wenn der Lewandowski mit mir am Fußballplatz steht oder so etwas Ähnliches. Aber der kommt und sitzt da rein und genießt aber auch die Gemeinschaft. Und der diskutiert mit uns über Musi, aber auch über das Weltgeschehen und so weiter. Und das schätze ich unglaublich. Ich bin dann einmal aus dem Vorstand ausgeschieden und jetzt bin ich halt seit 2004 eh schon wieder unglaubliche 17 Jahre, wenn ich jetzt eben oben mache. Und das, glaube ich, macht auch viel aus, weil wir die Jungen schon an Bord halten. Also im Vorstand. Das darf man sich bei einer Musi nicht so vorstellen, dass da ein Zweier- oder Dreiervorstand gibt, wie in einem Unternehmen, sondern da haben wir zehn Leute. Und da sind junge Leute drinnen und ganz wichtige Frauen. Also wir haben ja schon einen beträchtlichen Frauenanteil. Ich sage aber, ohne Frauen kann man uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Und dabei ist knappe 40 Jahre her, dass die erste Frau bei uns zu musizieren angefangen hat. Ich habe mir heute ja gegoogelt, den Peter, und habe einmal geschaut, welche Fotos das da gibt. Und da ist mir unten gekommen, die Schlagzeilen von der SN. Er gibt jetzt den Ton an. Weißt du, was das für eine Schlagzeile war? Ja, das weiß ich schon. Das war, wie ich quasi Präsident vom Wirtschaftsverband geworden bin. Genau. Vielleicht zu dem Thema ein bisschen was erzählst du da. Ja, das ist vielleicht ein bisschen früherer aus, weil vor dem Wirtschaftsverband war ja die Gemeindepolitik. Und das ist eine Erfahrung, die durchaus schmerzvoll war und die trotzdem wichtig war. Weil das war 2014, wo der Maisel Franz als Bürgermeister nicht mehr antreten ist, weil er in Pension gegangen ist. Und wir dann geredet haben und er gemeint hat, ja, ich war einer, der das von ihm übernehmen kann. Und ich habe aber damals wirklich null Ahnung von Parteipolitik gehabt. Ich meine, dass für mich die Sozialdemokratie einfach auf Grund der zwei Worte sozial und demokratisch schon einmal viel näher liegt als wie etwas anderes. Das ist klar. Aber was das wirklich im Hintergrund bewirkt hat, das habe ich damals nicht ahnen können. Dass das eine gegeben hat, die gesagt hat, super, endlich einer, der etwas weiterbringt. Aber dass es viel gegeben hat, aber die hörst du halt selber nicht, die gesagt hat, das müssen wir mit aller Macht verhindern. Und das war eine schmerzliche Niederlage. Aber ich sage immer, wenn du da so eine Niederlage gestärkt hervorgehst, dann hat das einen Sinn gehabt. Und die Erfahrung war wichtig, weil wenn ich es nicht probiert hätte, dann wisst ich das vielleicht heute nicht. Und möglicherweise würde ich mir das heute auch noch, aber heute weiß ich, das war nicht mein Geschäft, weil da wird einfach viel zu viel hinten um mich gemacht. Und ich trage mein Herz auf der Zunge und das kommt nicht überall gut an und ist auch vielleicht für manche dann schon ein bisschen intensiv, wenn ich sehr deutlich bin in meinen kritischen Worten. Wobei mir schon einmal wichtig ist, ich möchte nie den Menschen kritisieren, sondern immer um die Sache. Darf ich fragen, in welcher Funktion warst du da in der Gemeinde? Ich war Vizebürgermeister. Und wir haben wirklich Ideen gehabt. In der Gemeinde kann man so Ausschüsse bilden. Wirtschaft, Sozial, Bildung, Weiterentwicklung in der Gemeinde. Das ist alles abgelehnt worden. Und da denke ich mir, es ist unglaublich schade, wenn in einer Gemeindevertretung Möglichkeiten nicht genutzt werden, nur damit man wen vielleicht stühlt oder hinten halt. Schade. Wir bist dann zum Wirtschaftsverband gekommen. Ja, der Wirtschaftsverband ist ja auch SPÖ nahe, sage ich jetzt einmal. Und 2017 habe ich dann den Vizebürgermeister zurückgelegt und bin eben aus der Gemeindevertretung ausgeschieden. Und 2018 im Herbst ist dann eine Abordnung vorstellig geworden vom Wirtschaftsverband, weil eben der Wirtschaftsverband-Präsident das zurückgelegt hat. Und ich sehe auf der Suche nach einem Präsidenten, die sucht sich alles so. In Bangaus würde man sagen, auf wohin Teufel, dass einer gesucht wird. Und dann haben wir da ein paar Gespräche geführt und das hat man eigentlich gut gleich gesehen. Und jetzt muss ich sagen, da fühle ich mich wohl, weil auch wenn es, da gibt es ja noch ganz andere, theoretisch gesehen jetzt parteipolitische Machtverhältnisse. Und trotzdem geht es immer um ein Interesse. Das ist die Wirtschaft. Vielleicht sagst du noch einmal so deinen Fokusbereich vom Arbeiten. Ja, also ich bin im Führungskräftebereich. Ich bin viel im öffentlichen Bereich. Schulleiterinnen, Bürgermeisterinnen, wo es um gesunde Führung geht. Gesund, nicht nur im Sinne jetzt von Bewegung oder Ernährung, sondern gesund führen, dass ich selber mit mir im Einklang bin, weil dann kann ich andere Menschen auch viel besser führen und auch gesund führen. Weil wenn du heute 40 Jahre oder 30 oder noch jünger bist, dann hast du eine lange Arbeitszeit vor dir und da ist Gesundheit schon ein hoher Faktor. Also ich habe eines gelernt, das ist wurscht, ob ich jetzt Führungskraft war in einem Unternehmen, ob ich jetzt selber Unternehmer bin oder ob ich Opno bin oder Wirtschaftsverbandspräsident. Mit Bitte, Danke kannst du unglaublich viel erreichen. Mit Wertschätzung und mit Akzeptanz schaffst du Zugehörigkeit. Und das ist ein Leitsatz von mir. Das habe ich selber erfahren am eigenen Leib als der, der früher angekühlt worden ist, der wertgeschätzt worden ist. Und das möchte ich einfach weitergeben. Und da ist unglaublich viel möglich. Ja, vielleicht kannst du von der Werfner Wein raus und vom Seifenkisten rennen, weil da bist du maßgeblich daran beteiligt. Kurz erzählen, damit wir da herinnen in Altenmarkt da wissen und was da geht. Und überhaupt, überall im Innergebirge. Die Wein raus ist etwas, was mir einfach einmal eingefallen ist, weil ich öfter im Burgenland bin, weil der Pinkelbäder, einer meiner besten Freunde, da oben gesiedelt ist. Und wenn du ihn aufsuchst, dann meistens ist das mit einem Anlass verbunden. Und da unten heißt das im November, das Martini-Loben und da gehst du von Weinkeller zu Weinkeller und kostet quasi den Jungwein. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir das für unsere Verhältnisse quasi evaluieren und das bei uns in Werfen machen, das muss doch etwas Gewaltiges werden. Und dann haben wir einmal so geredet mit den Unternehmern, mit den Geschäften, dass wir sagen, ja, ein Weinbauer ist beim Schuhhaus Bondorf, einer bei der Fleischerei Obauer, wieder einer beim Kaffeehaus oder beim Wirt oder und so weiter halt. Und die waren wirklich sehr positiv auf das eingestellt. Dann haben wir uns auf die Suche nach Weinbauern gemacht und wir waren natürlich sehr patriotisch und gesagt, ausschließlich Weinbauern aus Österreich. Und natürlich gibt es immer Kritiker, die sagen von vornherein, das wäre nichts, aber wir waren überzeugt, dass das das wird. Und tatsächlich hat das voll eingeschlagen. Also da haben wir beim ersten Mal haben wir da schon, glaube ich, um die tausend Besucher gehabt. Und dann haben wir das natürlich weiterentwickelt. Und jetzt war es, glaube ich, insgesamt viermal bis jetzt. Und das ist so bekannt worden. Wir haben dann auch geschaut, wie man das weiter vom Vorn her weint. Und vorn ist ja nicht unbedingt so kompatibel, klarerweise. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man mit der Eintrittskarte, mit dem Zug von Salzburg reinkommt oder mit dem Bus von Behofen und so weiter. Beim Seifen gehst du da hin, das ist halt mit der Muse. Jetzt ist es ja so, dass man eigentlich als Musikverein wohl von der Gemeinde subventioniert wird. Aber die Gemeinden haben natürlich auch nicht so viel Geld, dass sie unser ganzes Budget abdecken können. Jetzt sind wir halt viel auf die Bevölkerung angewiesen. Und damit man nicht nur um Atom marschiert und um Spenden ersucht, machen wir seit, ich glaube seit über 30 Jahren, machen wir ein Thema shoppen. Und wir haben gesagt, wir arbeiten selber. Dafür laden wir uns immer ein Gaskapel rein. Und die Gaskapel hat um 6 Uhr zum Spielen angefangen. Um halb 9 Uhr ist dann eine Tanzmusik gekommen und um Mitternacht war die Mitternacht schon. Die Leute haben gemerkt, hoppala, die Mitternacht schon ist das Highlight. Jetzt sind die Leute immer später gekommen. Und uns hat das Herz ein bisschen weh da, weil die Blasmusik, die Gaskapel, die am 6 Uhr gespielt hat, da waren relativ wenig Besucher. Jetzt haben wir uns irgendwann einmal auf Ideenfindung begeben und haben gesagt, wir brauchen was. Wenn um 6 Uhr die Gaskapel in den ersten Tanz spielt, dann muss der Brennoff voll sein. Und so haben wir auf die Seifenkisten reinkommen. Und da haben wir dann ausgeschrieben, dass die Leute Seifenkisten bauen. Und das hat am Anfang einen Hype ausgelöst. Ich glaube am ersten Ende waren 25 Seifenkisten da. Und das war, also das hätten wir uns in unseren künstlichen Träumen nicht erhofft, dass das so einschlägt. Und das war genial, was da alles gebaut worden ist, weil sich die Leute die Mühe gegeben haben. Generationen, Großväter mit Kindern und Vätern, Freundeskreise, die haben da alle Seifenkisten gebaut und haben sich angemeldet und sind bei dem Rennen mitgefahren. Du, aber die Streckenführung, Werfen ist ja natürlich prädestiniert, gell? Hammer. Wo ist die Stadt gewesen? Der Stadt war beim Werfenhof draußen und das Ziel war da, wo es in Brennoff reingeht. Da war das Ziel. Und das war so ideal, weil da ist ein Gefälle rein, aber es ist auch nicht steil. Und es ist nicht so unbedingt ganz kurvenreich. Jetzt war das Risikopotenzial. Als Verein hast du ja eine Verantwortung. Du kannst nicht jetzt da, weiß ich nicht, von dir über überfahren. Aber da eine, das hat sich so entwickelt. Und wir haben ja dann auch die Polizei gefragt, ob das uns mit einer Radapistole messen. Und die haben da wirklich Höchstgeschwindigkeiten von über 50 kmh gemessen. Und bei so wenigen Fällen, da weiß man, wo sich die Leute im Hintergrund Gedanken gemacht haben, was die bauen, dass es aerodynamisch ist, dass die Radeln gut rennen und so weiter. Also, das fasziniert mich. Und das ist auch wieder so, da kriegst du so viel Zug dann, wenn die Leute kommen. Das war eine klasse Veranstaltung. In der Pause vor dem Gespräch haben der Peter und ich dann im Garten noch ein paar Weißeln reingespielt. Und die geschäftige und lästige Band und der geheimnisumwitterte Moses haben das Liedl dann einer Metamorphose unterzogen. Und was dabei rausgekommen ist, das hört ihr später. Ja, was ich total spannend finde, ist die Kombination von der Musik und der Musikkapelle. Was kann ein Unternehmen von der Musikkapelle lernen? Und nutzt du dein Wissen aus der Musikkapelle? Jemand, der heute aus Führungskraft im Unternehmen tätig ist oder erfolgreich ist, der wird im Verein das auch so machen. Oder er macht es ganz anders. Das habe ich auch schon erlebt. Und in Wirklichkeit, das ist so mein Zugang, ist so dieses soziale, menschliche Wertschätzung, Anerkennung, das kommt aus der Vereinsecke. Ganz einfach, weil die Belohnung in Form von Geld fällt. Das heißt, ich kann, wenn ich heute in einem Verein, wo es erfolgreich sein möchte, machen möchte, dann funktioniert es über Anerkennung, Wertschätzung, Zugehörigkeit schaffen. Das sind so meine drei Grundeigenschaften, die wichtig sind für den Erfolg in einem Verein. Umgekehrt, Unternehmen sind oft gut aufgestellt, was Marketing, was Image betrifft. Ich glaube, da haben wir als Verein noch viele Möglichkeiten, dass wir uns besser darstellen. Du hast zuerst schon gesagt, Vereine werden oft belächelt. Ich sage, wir müssen aber bei uns anfangen. Wenn wir hergehen und sagen, sagt ihr, wir spielen schon, dann werden die hergehen und sagen, da haben wir irgendein kleines Unterschlagung, die spielen nicht. Wenn wir aber hergehen und sagen, wir haben einen Wert, da geht es nicht um einen finanziellen Wert. Wir haben unsere Leistung, unser Engagement, unser ehrenamtlicher Einsatz hat einen Wert. Dann wird das auch irgendwann von der anderen Seite so gesehen werden, dass ich sage, genau, die muss ich nicht einfach für irgendwas her. Oder wenn immer, das geht ja für andere Vereine genauso. Und ich habe einen totalen anderen Zugang zu Lehrer und Schulleiter, seit ich Seminare für Schulleiter mache. Das ist Hardcore, wirklich der Job. Und ich habe früher auch geschmunzelt. Ja, der Lehrer und so weiter. Also die machen einen genialen Job. Aber die Karrieremöglichkeiten, die sind, wenn du Teil der Schule hast, haust du noch mit 30 Lehrern. Ja, wenn einer direkt in Pension geht, dann kann es einer werden. Oder er bewirbt sich vielleicht anders. Aber so viel sind sie nicht. Die suchen Sie dann Erfüllung und Sinn, möglicherweise. Jetzt nicht nur ein Lehrer, ist nur ein Beispiel. Suchen Sie dann Sinn, Erfüllung zusätzlich in einem Verein auch. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Verein in der Persönlichkeitsentwicklung natürlich ein Plafond hat. Weil es geht um Gemeinschaft und nicht um Individualität. Ja, ich weiß es nicht. Also ich, Plafond, mit dem Begriff Plafond, da habe ich mich jetzt schwer. Weil jetzt, jetzt muss ich sagen, ich bin, das wollte ich gar nicht sagen, ich bin heuer 50 Jahre bei der Muse. 50 Jahre. Unvorstellbar, wenn ich mir das selber so überlege. Und mir kam nie viel, dass ich am Plafond war. Also bei der Muse habe ich nicht das Gefühl, dass ich am Plafond bin. Mit der Ausbildung der Musiker steigt natürlich die Leistungsfähigkeit. Und genauso wichtig ist natürlich auch bei den Kapellmeistern. Wenn das damals so war, muss man aber hinschauen, wer war das, wie war das und so weiter. Und was ich sage, also wir haben zum Beispiel ein klares Bekenntnis bei uns. Wir möchten keinen Musiker verlieren, weil wir vom Leistungsniveau so steigen, dass einer sagt, jetzt los ist. Das möchte man nicht. Das heißt, du bist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, dass du hergehst und sagst, wir können mal unseren Niveau heben auf der einen Seite und wir nehmen mal alle mit. Weil das die Schere natürlich auseinandergegangen ist dadurch, dass viele Junge viel besser spielen, wenn sie dazugekommen schon. Das ist klar. Und natürlich spielt der Kapellmeister eine große Rolle. Also wir haben jetzt das große Glück, also wir haben immer ein großes Glück gehabt mit unseren Kapellmeistern. Also ich bin jetzt, muss ich glatt nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, der 6. Kapellmeister, seit ich bei der Muse bin. Und ich finde, das war immer der richtige Kapellmeister zur richtigen Zeit. Und insgesamt jetzt, weg von unserer Muse, aber insgesamt ist die große Herausforderung die, dass man für die Musikkapellen dementsprechend ausgebildete Kapellmeister auch wieder hervorbringt, die die Musiker, die mit einem gehobenen Leistungsniveau kommen, dass man die zufrieden steht auch, wenn die da mitspielen. Und ich denke mir auch, der Verein ist das, wo ich sage, da habe ich jetzt mein allgemeines Niveau. Und der Plafond, so wie ich Max verstanden habe, ist ja dann eigentlich für die, die sagen, du weißt was, jetzt bin ich zwar nicht bei der Muse, aber eigentlich bin ich individuell viel besser und möchte gern was anderes tun. Und da ist ja schon die Frage, spuckt das System dann die Leute aus oder kann ich die trotzdem dann auch wieder mitnehmen? Ja, also ich glaube, die, die zusätzlich was brauchen oder die, die ganz was anderes brauchen, die finden sich das. Die sind eh Manns oder Frau genug, dass sie hergehen und dann sagen, ich orientiere mich entweder zusätzlich dahin. Nein, es gibt viel als Tanzmusik, Obergrenner haben wir zuerst schon geredet, das war früher der Klassiker. Ich weiß noch, der Sepp Neumeyer hat aber unglaublich viel geholfen auf die Tanzmusiker, weil es gute Musiker warnt. Viele Kapellmeister haben gesagt, die Hunde sind ja da, aber im Wesentlichen waren es natürlich auch musikalische Stützen. Und heute gibt es natürlich viel mehr Betätigungsfeld über Ensemblemusik. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Grundlage vom richtig musizieren ist, dass alle zwei da sind. Oder dass die Musiker hier sind, da sind. Das macht die Musi. Dass die hier sind, hier sind, dann machen und gleichzeitig kochen, was da andere sind. Und insofern war das eine sensationelle Anweisung für die Politiker. Ich muss da sein, ich kann einen Ton machen, ich muss gleichzeitig kochen, was da andere macht und tut. Insofern kann da wieder ein Spiel herauskommen. Bei uns hat er mal ein verdienter Musiker und Komponist, der hat es schon lange nicht mehr erlebt, der hat gesagt, die besten Musiker gehören aufs Schlagzeug, hat der gesagt. Und so denke ich oft, die besten Visionäre, die besten Führungskräfte gehören eigentlich in die Politik und die sollen gut verdienen. Nur, die brauchen ein Gewissen für das Ganze. Politik kann Gefühle haben, aber wenn es nur mehr Emotion und Aufwallung und Aufregung ist. Und da steuern wir hin, dass wir uns nicht mehr um Sachverhalte, sondern einfach um Emotionen. Und diese ganze Skandalisierung und das alles lenkt ja eh von der Sache immer wieder auf. Ja, sicher, natürlich. Egal ob in der Politik, in einem Unternehmen, in der Musee, so arbeiten Menschen zusammen. Und es gibt einen Inhalt. Die Musee, die Unternehmensinteressen oder die Politik. Und dann gibt es einen Prozess dazwischen. Nämlich, wie mache ich was? Und ich glaube, in der heutigen Politik, die Menschen sehen den Menschen und sehen den Inhalt. Der Mensch mag sympathisch sein, der Inhalt mag logisch erklärbar sein. Da könnte man jetzt sofort viel aufs Tableau bringen. Die Frage ist, wie wird was gemacht? Und das ist das, was mich massiv irritiert, was mich massiv stört. Und wenn es nicht schon war, müssen die mich von dem System, das Hirten am Werk ist, beziehungsweise das Hirten, so viel umdreht. Nämlich mit Prozessen, die im Hintergrund laufen, die der Otto Normalbürger oder Normalbürgerin gar nicht mitkriegt, müssen die mich auf der Stürze abwenden. Die große Politik, da passiert momentan sehr viel im Hintergrund, was der Normalbürger gar nicht so mitkriegt. Weil der nur den Menschen sieht, der ist vielleicht sympathisch und der sieht den Inhalt. Und wenn der Inhalt kann sagen, okay, hakelt ja. Aber wo wir da Budgets umgeschichtet werden, wir da Meinungsbildner gekauft werden, also der Begriff Urbanisierung ist leider nicht weit hergeholt. Leider. Was war deine wirtschaftliche Vision? Meine wirtschaftliche Vision ist die, und da bin ich jetzt ganz im kleinen Bereich. Und darum, ich sage immer, Sozialdemokratie und Unternehmertum ist in Wirklichkeit die ideale Ergänzung. Ich habe einmal einen Generaldirektor gehabt, der hat gesagt, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es dem Mitarbeiter gut. Und wenn es dem Mitarbeitern gut geht, geht es dem Kunden gut. Und das Radl kostet von jeder Seite her auf. Du kannst sagen, wenn es dem Kunden gut geht, geht es dem Unternehmen gut, geht es dem Mitarbeiter gut. Und das gilt nicht nur in wirtschaftlicher, materieller Hinsicht, sondern das gilt auch in sozialpolitischer Hinsicht. Wenn ich heute eine Firma habe und meine Mitarbeiter geht es gut, dann kann ich von dir eine ganz andere Leistungsbereitschaft erwarten, als wenn ich hergehe und sage, so, und jetzt kürzt mein KT es noch, und jetzt kürzt mein KT es noch, und außerdem, du solltest mehr arbeiten und was immer. Aus meiner Erfahrung, wie ich Verkaufsleiter geworden bin, da habe ich gelernt, wie man als Verkaufsleiter führt. Und dann gibt es diese Rankings im Vertrieb und damals hat es, glaube ich, 80 Verkaufsgebiete gegeben in Österreich. Und ich war immer so 30 plus, minus. Das heißt, ich bin nie aufgefahren, nicht nach oben, aber auch nicht nach unten. Und habe das so getan, wie ich es gelernt habe. Und das war im Wesentlichen Zahlen, Daten, Fakten, Frequenz, Verkaufserfolge und, und, und. Dann habe ich ein persönliches Thema, hat mich begleitet, also damals so eine kleine Lebenskrise, mit Privat und so weiter, Trennung, so. Und dann merke ich, hoppala, jetzt muss ich was tun, einmal für mich. Und dann ist mir das halt so zugefallen und über Mentaltrainer-Ausbildung gemacht. Und das, was ich in der Mentaltrainer-Ausbildung gelernt habe, war natürlich weit weg von Zahlen, Daten und Fakten, sondern war immer du und ich. Und das habe ich eingesetzt, als Verkaufsleiter mit meinen Mitarbeitern. Und plötzlich waren dieselben Mitarbeiter mit dem selben Verkaufsleiter. Ich behaupte, mit weniger Druck, bestes Verkaufsteam. Zuhorchen. Ich bin aber viel Blödsinn gemacht, auch so Kleinigkeiten oft. Ein Mitarbeitergespräch. Du musst gut vorbereiten. Jetzt habe ich mich hingesetzt. Wie kriege ich vom Mitarbeiter meiste Informationen, indem ich viele Fragen stelle? Haben mir meine Fragen notiert und so weiter, habe ich mit dem geredet. Und während er eine Antwort gegeben hat, habe ich schon geschaut, was für eine Frage stelle ich am nächsten. Und dann sagt er, weißt du was, du hörst mir ja nicht einmal zu. Und ich habe ihm nicht widersprechen können. Und mir ist es wie Schuppen von den Augen gefällt. Dass ich mir denke, was bist du eigentlich für, sage ich jetzt nicht. Ist nicht druckreich. Aber das sind die Erlebnisse, wenn es da, dann kann ich aus einem Misserfolg auch einen Nutzen ziehen. Und ich merke, da habe ich einen Handlungsbedarf. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Christoph, hast du auch noch eine Frage? Ja, das Einzige, was mich... Wie man das macht, eine Diskussion so zu führen, dass es um die Sache geht? Na ja, ich komme, jetzt habe ich drei Worte gehabt, Spaß, Freude, Glück. Und die anderen drei Worte sind Mensch, Prozess und Inhalt. Wenn Menschen zusammenarbeiten, dann geht es häufig um den Inhalt. Diskussion, Emotion, Konflikt, Konsens, Kompromiss und was immer. Und wenn ich vorher in einem Prozess klarlege, wie wir miteinander umgehen, was passiert, wenn jemand emotional wird, dass ich jemanden abhole, dann ist schon mal viel passiert. Weil dann wird das selber bei einem etwas auslösen. Und das Zweite ist, dass man hergeht und durchaus einmal unterbricht und sagt, stopp, genau an der Stelle möchte ich unterbrechen, weil wir bewegen uns jetzt in eine Richtung, dass... Da gehört natürlich die Rollenklarheit von einem Moderator und einer Moderatorin dazu. Und oft ist es so, dass der Moderator nicht nur ein Moderator ist, sondern ein Diskussionsteilnehmer oder vielleicht sogar Chef und so weiter. Und ich sage das oft, wenn es um Führungskräfte geht, wer sagt, dass du Moderator sein musst. Und wenn du Moderator und Führungskraft bist oder Moderator und Diskussionsteilnehmer, dann ist es wichtig, dass du deine Rolle definierst und sagst, als Moderator ist es mir jetzt wichtig, dass ich an der Stelle unterbriche. Und als Diskussionsteilnehmer ist es mir wichtig, dass ich sage, Franz, das taugt mir viel oder das taugt mir gar nicht. Jetzt waren mir neu gefallen. Die drei wichtigsten Worte von dir für das Innergebirge? Naja, für mich steht ganz um gemeinsam. Und gemeinsam, da kann man so viel erreichen. Und wir erreichen ja viel. Ich finde, Innergebirge, das hat so viel, würde man sagen, USPs. Und wenn wir uns die gemeinsam rausholen, wenn wir mit denen rausgehen, aus den Lurgen und in die Welt raussehen, mit Bedacht, wie du sagst, mit Ressourcen, mit schonenden Ressourcenumgang, dieser, wie war es, dieser schonende Tourismus, jetzt fällt es mir gerade in die Idee, das Wort. Nein, ich weiß, also nicht mehr dieses Massengeschäft, sondern ein bisschen mehr auf die Qualität achten, ein bisschen mehr wieder zurück. Jetzt bin ich gerade mit dem Radlheim auf einer Alm gewesen und dann ist hinter mir ein Einheimischer gesessen mit einem deutschen Touristen-Ehebauer. Ich habe mir gedacht, früher habe ich mir die Piefkesager so gerne angeschaut und da denke ich mir, der prostituiert sich da. Zumindest hat es so gelungen. Der verkauft gleich, wenn es so ist, nur damit er seine Gäste da zufriedenstellt und auf die Alm-Affi führt. Das konnte ich halt nicht mehr. Habe ich auch da, habe ich alles da. Aber das konnte ich halt nicht mehr. Also so gemeinsam, behutsam und generationenübergreifend. Sind wir da dabei? Im Sinne dessen, dass ich das da schneide, sage ich dir jetzt. Aber jetzt einmal danke. Ja, aber das ist schon halb, dass ich weiß jetzt. Ja, okay, das ist okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und Schauen. Hat es euch gefallen? Dann unterstützt uns mit einem Abo auf unsere Kanäle oder einer Spende. Und besonders freuen wir uns, wenn wir ins Gespräch kommen. Also kommentiert fleißig oder schreibt uns eine Nachricht auf podcast.innergebirg.at. Innergebirg schafft ich und lästig ist ein unabhängiger Audio- und Video-Podcast aus dem Salzburger Land. Mehr Informationen auf www.innergebirg.at. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.